Hey und Willkommen zu einem weiteren Video hier von RazzanFlui. Heute reagiere ich mal wieder auf Unge und es geht heute um ein sehr langes Video und auch ernstes Video, denn die Prankwars haben irgendwie auf irgendwas geantwortet und Unge ist anscheinend auch sehr happy und ich würde sagen, los geht das Ganze heute mal ein etwas besonderes. Unge reagiert auf die Prankwars Video. Los geht's. Jetzt mal ein bisschen vorspulen hier. Das ist jetzt erstmal ein bisschen uninteressant. Okay, das sitzt sehr lange. So, los geht's. Ja, also es ist halt, man merkt schon, es ist halt schon zu etwas anders auf jeden Fall schon. Ich will mal in das Pan-Re-Pakt von Videos auf uns reagieren. Das ist ganz so eine Doppel-Moral. Genau. Geh doch erstmal auf das Thema ein und sag mich irgendwas von Doppel-Moral. Ich hab vielleicht in meinem Leben auf 20 Videos von euch reagiert. Ihr seid doch nicht der Inhalt meines Kanals und wenn ihr irgendwas ums gemacht habt, dann prankt das Wort. Dann muss ich mal die Eifel-Morals. Das ist vielleicht die Lava-Position. Ich bin mit der Engel. Ich bin nicht bei euch. Ja, das ist definitiv. Okay, wir haben also jetzt zu der ersten Anstellung nichts gesagt, sondern wir haben einfach nur Gegenargumente geantwortet. Okay, also die erste Frage gekontingenturiert, aber noch so was gesagt, ja, er macht Gehirn welche und jetzt sind die böse und jetzt sind die gut. Sie hätten auch einfach gesagt. Ja, ja, okay. Ja. Was ist der Drink? Ich bin einfach nur provozieren, weil die Eifel-Mensche reichwerken und vernachlässigen. Und der hat, wie gesagt, an unserer Tür hat er hier drüben, wo wir bei unseren Eltern aus gewohnt haben. Und umgekehrt, du, würdest du was auch nicht haben wollen und so ein bisschen zu noch? Also erstmal, der unterstellt mir, dass ich wissen müsste, dass das Leute sind, die an seiner Tür klingelt haben. Wo er solche Dinge wissen, das haben die ja zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu beantworten. Punkt Nummer zwei hat nicht zu dem Thema zu tun. Ob die Hörer Tür klingelt haben oder nicht, hat er mit dem ganzen Thema mit dem mit derjenigen mit tun. Ein sehr kompliziertes Video auf jeden Fall. Gott, das hört doch mal auf mit eurem komischen Kram hier, ey. Ja, das überspringen wir als mal Asi und sowas wollen wir als mal nicht hören. Meine Jüdis sind. Der Typ von Frankos. Alles klar. Da hinten kam zwei Typen. Alles klar. Ja, das ist halt leider so. Ja, das ist auf jeden Fall. Also man weiß ja im Internet ja immer nie, wie das Ganze hier immer so aussieht. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer so eine Sache. Das ist jetzt Ihre Aussage. Ich persönlich war nicht dabei, deswegen, dass Ihre Aussage so steht. Wir warten auf das Anruf wieder von den anderen beiden, die das Thema zum Rollen-Groß haben und gucken, wo dann mal was passiert. Keine Ahnung. Wir haben ja mal selbst machen können, dass die Köder haben, weil sie immer beschreibt, dass die Person hier sagt, dass sie alle sein kranke. Das ist, boah ey. Das ist das kranke, ey. Das ist ja voll krank. Hilfe, Hilfe. Das ist krank. Das ist ja irgendwie richtig krank. Die, äh, ja. Die Frank-Groß hassen also unge, nicht umgekehrt alles klirchen. Ja, doch. Das muss jede Woche nicht aussehen. Die Können Sie dann auch mal in Frage stellen. Was soll das wieder? Was soll das wieder? Was soll das wieder? Ja, äh, hört doch mal alle auf. Also, ich hab keine Ahnung, was hier grad abgeht. Das ist Montes Meinung. Ich weiß zwar nicht, wer Montes ist, aber es ist die Montes Meinung. Jeder hat eine Meinung, okay? Gucci, 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 Gucci. Und wir sehen das anders. Wir tragen die Merch zwar vielleicht selten, wenn man auf Instagram guckt, ne? Tragen wir nur ganz, ganz selten, um ihr ab und zu mal zu bewerben. Aber wir finden die gut und wir finden das schön, Merch für unsere Zuschauer zu machen. Aber stattdessen, dass ihr einfach Sachen nicht darauf antwortet, geratet immer in diese emotionale Spielart und sagt immer so was wie, Hä? 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 Was denn? Hä? Hä? Was denn? Oh Gott, das ist, ja, das ist, stimmt schon. Das, äh, stimmt schon. Was soll das wieder? Das ist ein normaler, ey, guck mal, ein normaler, ey, guck mal, ein normaler, der ist, umgehex. Das ist ein normaler, ey, das ist ein normaler Merch. Das ist umgehex, wie hier, äh, 3D Supply, ne? Und das ist die gleiche Qualität. Also sagst du, das sein wird auch für die Jahre, sagst du, das ist ein normaler, ey, guck mal, ein normaler, ey, guck mal, ein normaler, ey, guck mal. Ich habe eine Frage von Montes, ich war Gucci, wo es war, es war, kommt mal zwei, es geht doch darum, dass ihr ein ganz anderes, ganz anderes, ganz anderes Modestil habt. Ich hab doch überhaupt nicht zu den Merch-Sachen gesagt, Leute. Leute, guck mal, was wir hier sind! Gott, das weh. Was ist mit Youtube passiert? Leute, Leute, wir stehen unter dem Sonnenblatt. Leute, check bitte mal, was wir hier sind. Bitte, bitte check bitte, was wir hier sind. Oh, 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 oh. Ja, was ist los für Deutsch? Ich wollte das so reichen. Ja, das ist nur Hengen, keine Ahnung! Was ist los, warum so verbittert? Was ist los, warum so verbittert? Nur ein Montes und aus der Enke immer verbittert zu liegen. Kein, hier, 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 hier. Ich hab's nur genug aufgerächt. Schmutz. Die Kinder ist alles schön, kauf, 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 kauf. Oh Leute, ich glaube, dieses Video ist mal etwas anders. Ich selber weiß gerade nicht, was Merch ist, aber ist halt so. Alles klar. Gottes Weh, Leute, hört doch mal alle auf hier. Ja, wie sie alle pushen, ne? Aber mit einer kleinen Witze, halt du die mal raus, ey. Und sie ist keine Marke, sondern einfach, ne? Die Leute, die uns feiern, können es fragen oder die das Design vielleicht cool finden, die noch mit aufkommen. Alles entspannt. So, das war jetzt die Reaction auf diese ganzen Anführungen. Sonst was ich denke, das war jetzt einmalig. Und das wird es eher seltener geben hier auf dem Kanal. Genau, wir haben zwar gedacht, dass die Reaktion reagieren wollen, aber gar nicht, dass wir gar keinen Bock haben, dass die Videos runterstellt. Ja, ich habe auch einfach keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, also ehrlich gesagt. Mädels Geschichte sollen wir abwarten, bis diese Leute, die das Event sitzt haben, sich das äußern. Und ansonsten muss ich sagen, ihr habt vieles extrem negativ aufgefahren. Hättet ihr auch schon irgendwann mal sagen können, hey, wir möchten halt, dass unsere Sachen reagieren, blablabla. Gefällt uns nicht und so. Ihr habt niemals dazu gesagt, weil ihr wisst, dass die Reaction übens auch pushen für euren Kanal. Ihr habt deswegen niemals zu sagen. Aber jetzt tut ihr so, als ob es, als ob andere dann euch bereichern. Und das ist doch nur mal, das ist Heuchelerei, was die aufnimmt, was die alle Tage sind. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist echt, das ist echt Heuchelerei auf jeden Fall. So, das Video hier war kein Reaction-Video, sondern vor zwei Monaten war letztendlich. Das war Wettessen gegen die Prank-Brows. Aber ist jetzt auch relativ egal. Ja, war ein ganz ernstes Video und... War ein ganz ernstes Video und... Ja, war auf jeden Fall ein krasses Video.